Sonja Kirchberger macht mit bei Let's Dance 2016. Und da muss ich wieder sagen, hat man denn keine richtigen Trash-Promis gefunden? Kenne ich A nicht und B, wenn ich nachgucke, was das für eine ist, ist so eine Fernsehfilmschauspielerin hier. Alles so ein ARD-ZDF-Mist wohl hauptsächlich. Das gucken doch nur Rentner. Aber solche Leute, ich meine, so ein Deutschkulturschauspieler kann nicht leiden. Die meisten davon sind schlecht. Und ja, ob die schlecht ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall kriegt sie anscheinend keine gescheiten Rollen in irgendwelche gescheiten Filme. Es gibt ja auch gute deutsche Filme, das ist ja nicht. Aber alles hier so ein 0815-belangloser Weichspülkram, Content-Fabrizierung. Aber naja, mal sehen, was mit der ist. Ist mir eigentlich auch egal. Aber hier sieht man wieder, es gibt anscheinend nicht genug gescheite Trash-Promis, die sozusagen körperlich in der Lage sind zu tanzen. Und da muss man hier und da mit so ein paar Schauspielern auffüllen, die eigentlich kein Mensch kennt. Naja.